So meine Freunde, Blitz League wird jetzt gespielt. Das schnellste League of Legends Spiel, wo gibt. Denn unser Team ist einfach unglaublich heftig. Ich präsentiere Draven Bot Lane, mega krass. Master Heemit Lane, oh mega heftig. Lee Sin Jungle, oh mein Gott, wird das krank. Und noch ein Garen Top Lane, wird wahrscheinlich der Beste in unserem Team werden. Wir haben kein AP Damage, wir haben kein Engage, wir haben kein CC. Okay, und jetzt gucken wir, was haben die Gegner. Okay, die haben Senna, das gibt uns Gewinnmöglichkeiten, aber... Komplett Broken, Tank Design, Komplett Broken, Tank Design. Ja, und GG. G zu dem G. Aber, ich bin Master Gear, oh mein Sinden, oh nein. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ja. Ich hab mir ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich wollte eigentlich Asura haben mit Lane. Ich weiß gar nicht, was wir machen. Wir spielen gegen den da. Was machen wir? Wir fangen an mit... Ja, mit Q. Was bauen wir? Magic Damage. Die sind doch eigentlich fast full AP, oder nicht? Magic Damage, Magic Damage, Magic Damage. Die hat ein bisschen Physik, aber halt vor allem Magic. Die hat nur einen Staubsauger. Solange der nicht von Dyson ist, sollte das kein Problem darstellen. Jetzt mal Pro-Wilds aufmachen. So, ja, gut, gucken wir mal. Wurde Master Gear nicht sogar... Nee, ich glaub, der wurde sogar genervt, oder? Meine, okay, 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 kriegst du zurück. Was, 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 was. Okay, okay, okay. Aber er kann uns nichts. Er kann... Guck mal, er ist fast tot. Soll ich ihn one-shoten? Er ist legit fast tot. Wow. Wow, 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 wow. Er kann sich halt heilen, aber ich auch. Und... Perfekt. Peer zum Fact. Okay, jetzt haben wir... Ich bin mutig wie eine Bullette und wüten wie ein Pfannekuchen. Viel gerne Optional, da richtet ihr zu. Weil ich weiß, dass sich jemand anschleicht. Alexa. Benutze Q auf ihn. So, nein, jetzt wird er das machen. Autotech. Gedotcht. Auto, Auto-Attack. Schön. Auto-Attack. Schön. Ähm, Alexa. Erzähle einen Witz. Merci beaucoup, Mr. Robbie Williams. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Und hier sind wir meine wahre Stärke. Und jetzt so, und jetzt so. Bats, 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 bats. Und zack. Und zack. Komm, einen noch. Einen noch. No. One-shot. Ja, ist okay. First Blood. First Blood. Ist okay. Lebe ich mit. Kann ich mit leben? Ist schön. Cool, 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 cool. Zu was kommen wir? Ich höre gerade aus der Regie, auf den Kall. Russen-Kall. Kall. 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 Und Schuhe. Ja doch. Ja doch. Danke dir, Rob. Ich hoffe, du wurdest heute Nacht von einem Engel geküsst. Depp, 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 depp. So. Also. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Er hat keine Armor, er hat keine Pods. Das ist quasi eine Win-Win-Situation. Wir machen noch einen Punkt in die Queue. Und Mundo hat auch keinen Kill bekommen. Ist, glaube ich, besser, dass der da den Kill bekommt, als Mundo. Wir müssen eigentlich nur ihn töten. Mehr müssen wir gar nicht machen. Wie sieht es bisher aus? Top lane, kill, bot lane. Ja, Dravens im eigenen Ziel sind halt immer so bad. So insanely bad. Hier kriegst du den. Und den. Und was, 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 was? Musst die Queue nicht auf ihn. Und komm, eigentlich kriegst du noch mit. Und jetzt das Gute ist, wir scalen halt richtig krass rein. Weil ich habe jetzt halt mein Kahl. Guck dir das an. Bamm. Plus ein Gold. Plus gar nichts. Plus wieder nichts. Und jetzt machen wir so. Bazz, 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 bazz. Und treffen ihn. Schön, 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 schön. Und jetzt machen wir. Was ist das? Was ist das? Ach, das ist Sinn. LOL. Ich wusste nicht, was ist das. Ich dachte, das wäre Shen oder so. Okay, er baitet. Perfekt. Schöner Bait. Hä, das ist doch nicht die Szene. Wer hat dir den Skin donated? Wer war's? Wer war's? Was, Juli? Uuuh, lala. Ich habe so die ganze Zeit auf den Chen Torn gewartet. Bazz, 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 bazz. Aber ich treffe ihn nicht. Shit, gibt es da einen Geheimtrick? Ich glaube nicht. Okay, 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 okay. Bazz. 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 Er dash mich jetzt bestimmt an, oder? Nee, macht er nicht. Sehr gut. Wer war auch okay gewesen, hat er mich angedischt. Und jetzt treffen wir ihn. Bazz, 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 bazz. Sehr schön. Schön, schön. Er ist auch gleich out of mana. Zack. Schlitz, schlitz. Jetzt machen wir ein Ward. Er hat kein mana mehr. Das Problem ist, ich glaube, ohne Ignite Flash kann ich ihn halt nicht killen, oder? Oh, da kommt Shen wieder. Shen. Bapp, 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 bapp. Ja, ein bisschen green. Okay, ist okay. So, Geld. Geldschlag. Geldschlag. Guck, plus eins, Leute. Plus eins. Plus eins. Zack. Hallo, Maydrags. Grüß Gott. Mundus viel zu tanken. Ja, das ist korrekt. Zapp, 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 zapp. Er hat noch ein Dash, aber was will er damit machen? Die Kette meint. Ah, ich hab mich ketten lassen sollen, aber. Okay, wir haben jetzt wieder Ereignheit. Wir können jetzt offiziell töten. Ich frage, jetzt wollen wir ihn diven. Ja, nein oder vielleicht. Na, mit Ult. Ja, ohne Ult. Ich weiß nicht, na? Ja, ein weißer Mann würde jetzt abpauen. Zapp, 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 zapp. Ich bin aber, wie stark, zapp, zapp. Aber den haben wir gleich. Der kann sich, wie viel kostet heilen? Viel. Der hat so, ich glaube, es kostet mittlerweile so Hundi oder so ein Hundi. Können wir ihn töten? Ich töte ihn jetzt, Leute. Alles über nichts. Oder warten wir Ultimate? Alles über nichts. Alles oder nichts. Snap. 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 Ja, ich hätte es wahrscheinlich überlebt. Der wäre nämlich noch gestorben, aber. Message wird gesetzt. Ich hätte auf Ult warten sollen. Danke dir, Ewitz. Danke dir. Herzliche Econ. Letzter. Cool. Dankeschön. Ja, ich hätte warten sollen. Hätte, hätte warten sollen. Kette, Kette. Fahrten wollen. So, was kaufen wir jetzt? Schuhe. Schnelle Schuhe. Schuhe, 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 Schuhe. Cool. Okay, was kaufen wir jetzt? Schwert. Ich weiß noch nicht, was, aber ein Schwert. Ein Gürtel. Ein Kaken, Kaken, oder? Kaken, 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 oder Kaken? Guten Tag, Prime. Kannst du vier Ziele mit Q treffen? Das ist korrekt, aber die Frage ist ja, naja, also wenn nur drei da sind, dann treffe ich ihn auf jeden Fall, aber vielleicht gibt es ja auch einen coolen Omega-Trick. Ein Omega-Trick. Okay, das war, ja, ich hätte ihn killen sollen, aber ich scale ja besser als er, oder nicht? No, okay. Muss ich Turbo machen? Turbo? Turbo? Ich brauche, glaube ich, ich komme ohne Turbo durch. Okay. Er hat halt meine Ult. Noch nicht, aber gleich. Okay, cool, 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 cool. Und Feuer! Zap, 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 freihändig. Shit, er macht dasselbe. Er outplayt mich mit meinen Skills. Shit. Shit, er hat 1 AP. Kanone, schieß. Okay, ich werde den Lucky Luke Schlag machen. Naja, okay, wir machen erst nochmal eine Nomm-Session. Oh, der kommt nicht in Gang. Ja, aber ist okay, ich habe mir das bekommen. Ist okay, ist okay. Easy no hands. No hands, Master Yi, den gibt es nur hier. Den gibt es nur hier. Zap, 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 zap. Da sagt man einmal, Master Yi ist, äh, ein leichter Champion. Da muss man schon... Also, es gibt halt auch viele wichtige Kombos für Master Yi. Es gibt halt die Auto-Tag into Auto-Tag into Auto-Tag into Auto-Tag Combo. Du könntest halt auch vorher Q Auto-Tag, Auto-Tag, Auto-Tag machen. Manchmal, je nachdem, also man muss halt auch überlegen, wann man das Erd zündet. Manchmal früh und manchmal noch früher. Das halt auch nicht immer einfach abzuwägen. Wegen, aber mit E. Weil du auch überlegen musst, welchen Weg du gehst. Den Weg des Sinja oder des Jedi. So, was kaufen wir? Ich glaube, den Ding hier, oder? Den Ding machen? Ich glaube, den kaufen wir. Och, Burdi. Dann töd ich dich nochmal. Okay, ich brauche nur kurz ne Q und... Freihändiger! Kill! Wuuuh! Und sogar zurückgeportet. Perfekt. Perf zum Fact. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich werde Master Yi. Main. Aber auch ein guter Gang, war ein guter Gang, war ein guter Gang. Draven 02, Topland 2 0. Perfekt. Jetzt kann ich mir wenigstens auch das Ding hier kaufen. Ja, und das halt auch, was Pretzel gerade sagt, ist halt auch ein wichtiger Punkt. Man muss halt auch überlegen, wann man die Hände wegnehmen kann und wann man sie wieder hinzufügen muss. Das ist nicht einfach. So. Du musst das halt immer abwägen. Kann ich jetzt ohne Hände oder nicht? Ne? Wenn du seine zweite Q-Instanz wählst, dann ist es wild. Ja, das ist richtig wild. Aber bei ihm kann ich einiges. Also entweder die zweite Q oder halt die Kette. So, das ist beides wild. Kette ist halt, macht... Ja, ich glaube, Kette ist halt nicht gemaxed. Das heißt, die macht nicht so viel Schaden gerade. Aber sie ist dann halt, ne? Aber seine zweite Q-Instanz wählert halt. Also, ja, Hauptsache eins von beiden so. So, wir machen mal einen Punkt hin. Oh, wir gehören jetzt Platten. Oh, er ist in der Mitte. Oh, meine ich. Oh, ja, Orgasmus-Schlag. Oh, ja. Oh, uh. Ah, Geld. Geld, gib mir noch einen. Komm schon. Komm schon. Uh. Oh, einfach einen Kill geholt in der Mitte. Ja, okay. Das hat einen Double Kill geholt. Vier? Okay, hat mich, glaube ich, zweimal gekillt. Ja, ja, okay. Und jetzt zwei. Ja, ist okay. Nee, jetzt ist eigentlich nicht okay. Aber... Naja, es ist sehr unokay. Es ist sehr unokay. Aber... Oh, Kanone. Er hat ja nichts mehr, oder? Autotech. Autotech. Ah, shit. Ah, okay. Gut. Zap, perlotti, noch moi. Ah. Ah. Ja, shit, aber... Ja. Ja, der wird schon noch so. Ich meine, das ist... Der hat 38 CS und ist ein... Der ist heil. Was will er tun? Ganz ehrlich. Oh, shit, okay. Zap, zap, zap. Zap, zap. Und jetzt laufen wir einfach raus. Jetzt machen wir... Oh, iiiiiii. Outplay. Da gehe ich rein, weil ich bin ich. Zap, zap. Autotech. Meinet sounder. Schön. 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 Alter, Stuhl und ich. Einfach Traumteam. Man gehen wir im Master. Wir könnten von mir aus direkt loswerden. fahren nach maße und jetzt ja geil gibt es mir gibt mir was ich ihn haben oh mein gott einfach kaki gleich noch schnell die ich werde kommen wenn ich den kriege zu wild alter leute wir haben 3000 gold 3k 3 einfach 33.000 gold einfach portemonnaie voll zack hake so was kaufen wir das blade 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 ich glaube blade weil die haben braucht man es immer noch so so scheiße alles egal wir haben halt zwei tanks 3 toby kommt im stream mehr als 26 ja aber ist das verwerflich ich habe ich würde sofort reingehen wenn ich wollte hätte ich war ich bei den noch mal kurz ich werde ihn vor noch holt oder ich die bot lane ok er hat ja auch kein turm mehr sowohl töten wir wen top lane sehe ich nicht ja wir töten einfach ja ich glaube wir machen noch einmal mit einem bräuchten tier maut oder sowas in der mitte geschenkt ist eh tot was mit drache so so den würde ich gerne töten frage antwort da ist noch ein turm und haben wir ein engage ok wir haben jungen ich gehe einfach mal hin und nimm die minions weil die nehmen die ja nichts in der afk oder so guten tag ja er pinkt mich back aber steht da afk rum ich meine was ist das für eine welt die bille mobile ich würde gerne ich würde mich auf einer dave kommt stelle kommen lasst einen dave compilation und um und um für trotzdem bleiben kann ich den töten na ja lass mal nicht kriegen okay okay abfahrt und feuer zu den schnebel vorher holte allerdings ja okay perfekt okay ich lebe noch sehr gut sehr gut sehr gut ich habe gleich genommen rennen 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 ja ich wurde auch platt von mundo schädet ok wir wollen live stil was sind das rückerfrau der muss weg was viel leider Okay, schön, schön, schön Wir haben einen Draven, aha, der kommt auch mal Ist ja richtig, richtig verwunderlich Dass der auch mal dazu, oh, wir haben noch einen Garen Ja, unsere Bot, keine Ahnung Die sind in der FK, die sind in der FK, Alter Wie lange haben wir hier gefightet? Die sind einfach, kommen so, keine Ahnung Das sind so die, die Wenn 8 Uhr der Laden zumacht, um 5 vor 8 da sind Einkaufen gehen Also ich mach's da auch, I'm sorry, aber Das triggert mich, dass du kein Executioner's holst Dann kaufe ich dir erst recht nicht Oh, guck dir meine Items an Ja, Executioner's brauchen wir schon noch Das stimmt, allerdings Es ist halt die Frage, wie viel Schaden macht so ein Executioner's Nicht so viel, oder? Oh, ich würde ihn fighten, aber er hat keinen Angst Er hat keinen Bock, meinen Ein Red Buff, ja cool, kann ich haben, Stuller? Ja, es gibt wirklich keinen Game, in dem du Keinen Heal Reduce kaufen musst aktuell Leute, ich bin kurz vorm Ausrasten Geht gleich los Könnt ihr euch schon mal Tickets kaufen Geht gleich Und Feier Oh, scheiße, er springt rüber Oder? Macht der, macht der, macht der Ne, macht der nicht Komm, gib mir noch, gib mir noch ein Outling Man, ne, er macht halt das, was ich mach Das ist total scheißen No, 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 do o noisy Sub, no, 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 what are Flares Ich wow, da oh, war noch flashen Manen, macht, der Kann mich selber bekämpfen jetzt denkt ihr seien leute warum sollte man was mit skills spielen so wie master g wenn man einfach gern 702 spielen kann ich brauche jetzt ja hier videos brauchen wir schon noch das stimmt echt aber wie wir haben halt kallen noch nicht wir müssen erst kalt fertig machen okay auf seiner würde ich mich mega sehen mega würde ich mich sehen mega ich weiß halt nicht wie viel hat das hier geheilt 1200 geht eigentlich passt auf ich werde ich werde ich werde ich werde ich werde ich werde ein dickes outplay machen ein dickes outplay wird es werden ein heftig dickes outplay auto tech und wow habt ihr gesehen wie ich ihren ihren festmacher geteut ab zwar brauchen noch fünf minions dann machen wir eben dann können wir execution ausgelfen au mundo wird ein problem aber ich bin hier anti mundo ich bin quasi der beste an die wobei wenn er als horn mail kauft wird schwierig aber sind der letzte an dem und den es gibt oder nicht so ziemlich mit kaken und so jetzt haben wir exekution aus oder solch mehr als rünking hoffen unsere botleine schon wieder tot glaube ich kann sogar beides kaufen weiß ich nicht glaube nicht oder shit kosten der scheiß wussten das wussten das ding wie heißen das teil ja da müssen wir noch mal warten oder krieg genug wenn ich das teil verkaufe 180 er ist natürlich unglücklich da 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 ich meine ich habe ja auch inheit leute ignite ist mein exekutioner so jetzt gucken wir mal wenn jetzt die dinge kommt ich mache sofort turbo ich mache sofort turbo na schade wenn senna hier wer die war nämlich gerade da glaube ich muss der punkt ins weh machen ist immer richtig close meine ich schaffte ihn ich glaube ja aber oder senna und turbo sagt und jetzt feindlich scheiße flash oh ja ich bin dabei feindlich habe ich noch an ich glaube ich muss einmal klicken okay ja gut ja okay es war zu viel aber sind auch alle da muss jeder muss jeder auch hier gerne leute gerne gameplay okay das was tut aber gerne gameplay ja es war zu viele leute da kann mir keine vorwurf machen so exekutioner das kaufmann jetzt an irgendwas was mich ein bisschen tanki macht der stands klappt dass wir in 10 oder wobei das ja auch ein bisschen dumm weil wenn ich meinen nom 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 mache ich ja weniger schaden und dann kriege ich danach wieder vollen schaden oder so ähnlich blutwürste ist das andere gut ist das andere tanki boah die gegner slauen wer mega affentitten geil wer das laut nicht und king auch oder macht es halt irgendwas nö ne doch cool jetzt kommen jetzt man ich muss jetzt das kaufen ja wir kommen jetzt direkt schnauzen voll aber wenn man jetzt direkt einfach weil wer nicht stirbt der lebt länger wir haben eh genug damit ich habe so viel damit ich kann jeden von denen wurden schotten wofür brauche ich der mensch ich bin als ich würde mich eigentlich sehen aber so ganz sehe ich mich auch nicht ich würde mich sehen aber nur halb treten du bist tot ich bin raus auf jeden fall ja die die quick blades wenn ich schlechter will man erstmals der rax der rax der rax der rax wird sein ist auch nicht schlecht aber ich kann auch nicht alles kaufen leute i cannot buy all ja da würde ich mich sehen auf geht's und da ist jetzt ein bisschen greedy aber ich bin ja auch ich oder hier ist der green jetzt war okay ja okay man edi wir wart doch schon auf dem weg aber sie wollen gerade bei maria berlin aufgehalten quasi die wollten effektiv werden tun machen ja okay es war nicht so geil aber wir haben jetzt hammer leute wir müssen uns mal gucken kommt leute guys group cryozip so schreibt man das in polnisch ja witzend ist definitiv miese ist definitiv miese aber ich kann halt nicht alles kaufen also ich habe eigentlich auch nur noch zwei plätze also ist schon gut ja safe aber hat halt kein ap und ich glaube ein bisschen ap wäre echt nicht verkehrt ja leute müssen jetzt aufhören zu sterben wir sterben gerade alle er schreibt auch schon ntm nicht nicht to me not not to me da würde ich mich nicht mit direkt noch mal wobei ne warten wir neun hier jetzt leute aber die haben ständen auch ne aber der ständigkeit gerade ich habe gleich ultimate ja perfekt 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 ich kann jetzt turbo machen turbo schafft das reicht das ja kommt schon rennen 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 nein 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 gib mir noch mehr autodings oh nein 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 wow out sand einfach okay ja wir müssen uns ein bisschen reduzieren leute wir müssen uns ein bisschen reduzieren echt weil wir sind ein bisschen auf dem ich meine auf ja 97 ist noch okay wir sind ein bisschen auf dem zwerfzug weg ach stulle oh er geht voll ad stullen ich würde dich jetzt auf dem insect kick sehen lass mal nen insect kick machen also gleich ja wir sind halt wir haben halt auch keine botnen darauf müssen wir halt auch ein bisschen achten ich meine garen yumi ist schon cool das hier ist glaube ich sogar garen yumi ja aber oh stulle outplay outplay nice outplay also wieviel kostens diraks noch voll viel oder ich krieg keine kills mehr ich muss kills machen 2k ich bin da ich wäre da ich bin da ich wäre da das perfekte best case scenario die dürfen nur nicht sterben ich könnte hier alle töten jeden jeden und alle go 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 und feuer one shot und jetzt weiter wir gehen direkt den abfangmacher ah shit er hat mich outplayed miss ok abfachen abfangmacher nummer 2 ah ja perfekt jetzt machen wir outplaymacher der wird nämlich gleich die frucht benutzen oder der kann nicht so lange schnell bleiben ok und abhören so outplayed hab endlich gemacht und was heißt er gedrückt habe es nicht gesehen aber dann jetzt neues in sec so mein draven ist mega gut die eigenen draven sind immer richtig gut er ist aber auch debile 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 so wir wollen unbedingt der ex mit ins der ex weg unsterblich legend also ich glaube wirklich i would not be diable zack wo krieg ich jetzt ich brauch doch nur ein bisschen ja auch ich bin nur ein gorbel der vor dir steht und der spittet die staunze zu halten ja mehr wie geht's die geld geld ich putte einfach wird dann durch er im jahr messi bequem ich habe lange nicht mehr von dir gehört ja ich habe lange nicht mehr von dir gehört eigentlich ist es ja auch ja ich habe lange nichts mehr von dir gehört aber da hat man ja mindestens genau so lange nichts von dem anderen gehört oder oder danke schön merci bequem im dank ja also mir geht's gut wie mehr gutenstein so jetzt haben wir wir machen noch einen punkt in die w rein und jetzt geht's rund leute waren die baron dann würde ich einfach botlane durchlaufen wenn die baron machen klaut das einfach ich würde naja ult machen wir noch nicht an weil ich würde lieber kills machen als den tu mir ich könnte halt auch einfach benden wenn die da klau 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 soll ich benden ja ich brauch nur ein bisschen aber wir haben nicht bekommen aber ich krieg wenigstens das ding hier soll ich den noch nehmen oder wir machen den hier die sind aber jetzt gleich sofort da ja naja naja turbo guter flash guter flash guter 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 flash warum ist das so schnell ich bin im used to be schnell ich habe jemand mitgebracht ich hoffe das kein problem für euch ist das ein jungler da muss ich ihn jetzt töten ja können wir den channel dann ich werde sterben ich bin tot aber ich mache es damit den drachen bekommt hallo mach doch mal schaden wie lange kann man eigentlich für einen drachen gebrauchen gebrauchen wir kaufen alle möglichkeiten um dieses game zu üben was kaufen wir jetzt wird's end ja nein oder brauchen wir mal sowas wie also wir brauchen auf jeden fall ja was oder brauchen wir könnten halt jetzt noch ein der ist so da anzukommen dann werden wir unsterblich ist wohl ein Dyson ja die hat ein Dyson ja hallo Erbala guten Tag grüß Gott und hallo einfach ich glaube ich denke also ich weiß nicht meint ihr ich schaffe Shannon Solo ja oder der will nicht baiten darauf falle ich rein oh der ist auf jeden fall mehr als tot und der killt mich nicht nein weil ich habe auch alle meine Skills benutzt und meine Fertigkeiten und mein Makro Management um ihn zu besiegen so wie du hinter einfach Mundo mitgebracht hast ja ich habe ihn wirklich mitgebracht aber ja also es ist meine Schuld dass unsere Draven negativen Schaden hervor ähm singst so oh ja Leute ich habe ich habe richtig bock ah shit die ist tot aber ja ne die ist tot wieso flash die eigentlich vielleicht kann ich sie töten ne kick sie oh da kommt eine Shen ult ne das ist ihr Schild ist das eine Shen ult ne keine ahnung man heutzutage weiß man auch gar nicht mehr was oder war das eine Shen ult ja die kann sich doch nicht schilden oder ach das war ein Mortal Schild blau wow ich sag immer blau so so ich will jetzt ein One on One gegen irgendwen sind äh wie du mit Skill Shots mit Yi so gut triffst ja kann ich dir definitiv Tipps geben ähm ich will jetzt nicht so rüber kommen als wenn das ein so aber es ist ja ein Geben und Nehmen ne ich möchte jetzt kein Geld dafür verlangen aber ich würde mich freuen wenn du bei meinem Onlyfans abonnieren würdest ähm im neuen Patreon Set sind auch alle Masse Yi Tipps und Sachen so ich werde jetzt gucken ob ich den schaffen kann guck mal diesen Tobi an zum 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 da wieso bin ich so langsam und jetzt go feuer wow mach ich damage aber ich bin zu langsam also warum ist ok 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 und flash warum bin ich so langsam warum sind alle so schnell würde helfen aber naja ich weiß ich nicht ich versteh es nicht I'm used to be very fast sollte der Opel unter den Ferraris sein ja natürlich trifft er ich töte sender ich bin eine vase was bringt es das ding abzugreifen also ich brauche definitiv muss uns wieder ein frosthammer ich glaube wir sterben gerade alle ich hoffe wir verlieren noch nicht ich hoffe wir haben eine chance könnte ich glaube aber er muss treffen ich weiß nicht ob er dürfen will aber er ist halt auch okay was ich brauche irgendwas mit langsamer machen oder schneller mal ich kaufe mir ein frosthammer ich weiß nicht dass halt eigentlich sollte das teil jetzt lauen aber vielleicht soll ich auch einfach nur ach ich weiß wir bauen jetzt der stanz oder hat das auch live stehen die hat es nicht mehr na ja jetzt witz end aber wir leben noch wir haben noch eine chance to be go soll ich rein ich warte noch kurze sekunde warte noch kurz ein paar haben wir noch okay jetzt wäre ich bereit und vollgas wir haben alle cool und raus outplates sehr schön out out check out plate ich muss noch drücken ohne ohne zu sehen wow nicht nur blind sondern doppel blind double blind mode aktiviert wow amazing gameplay right there so gorgeous this is so editorial auch wir haben richtig geld gemacht was da wir kaufen jetzt zu den schippen trans transformator ob wir enden glaube ich gerade aber ich muss einem kaufen ich muss drücken ja leute ich da muss ich dich wohl über das kind was der bums jahr 25 geld base zu geld base zu geld danke dir zantoso 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 ja je montage klar leute auch wir haben sogar drachen leute cool richtig man riesigen jungler im team 311 draven und 113 garen botland pusht aber ich gehe mal zum team ich habe wieder ultimate okay ich bin bereit leute zeit ich zeige euch mal wie man richtigen warten kaputt ja leute warum geht ihr alle raus wenn ich reingehe ich würde nicht verstehen ich glaube wir haben verloren jetzt actually shit rennen springen fliegt kick kick er gleich wieder ready springen fliegt rennen kick dort springen ja ein bisschen weiter werde sprung ja flieg spring das gut er bei bete kaltes mundo spring kick flieg flieg spring spring man spring doch scheiße wir haben ich habe noch zwei sekunden leute ich glaube er hat keinen bock zu gewinnen jetzt mal ganz ehrlich also hat er irgendwas geschrieben der ist nie da ich glaube er will halt wirklich nicht gewinnen also jetzt auf wirkliche basis glaubt er will nicht gewinnen aber ich bin jetzt wieder da und gern leben mehr brauchen wir nicht ich wollte mich um hier auf mir drauf ich bin da ich habe ich bin da und hab und wie kostet das ding nicht mehr als siegen gehe ich mache auch play und ich muss euch drücken dann den so ok können wir kann ich jagen nee oder bin ich schnell ok jetzt versuchen uns ein bisschen zu konzentrieren also wir versuchen jetzt nicht rein zu gehen weil ich würde gern gewinnen und die frage ist kann draven mit uns spielen so wir haben jetzt genug geld die frage ist können wir ich glaube wir verkaufen noch die schuhe und kaufen wie irgendwas mit dem spiel fans oder so gibt es ja oder ich habe jumi auf mir oder soll ich die jumi stay on me and we gone ich muss das kaufen jumi stay with me ich mach so ein herz so steht die am baron stunden glas ich brauche ein pot ich muss noch mal shoppen aber wenn ich jetzt shoppen gehe dann hält die jumi mich für behindert ich war gerade erst shoppen ich muss jetzt ein pot kaufen let lee goes rode jungle and push fast es heißt das rode jungle so wie viel ad haben wir 400 bis zum magie resistenz leben dies dass dies dass wir müssen jetzt nur gucken dass wir nicht den nämlich dass wir nicht direkt dings halt wenn töten wir staubsauger frau könnten wir halt schnell weg machen wir müssen halt gucken dass wir nicht direkt reingehen wir müssen master ist es in die spielen müssen von hinten ran ist nicht so wert aber wir haben keine wischen hier machen wir mal an bord ist ein bisschen gefährlich work just wait und gern muss aggro ziehen wir müssen erst ganz spät rein von hinten spät und von hinten ich weiß nicht die könnten ihr wischen haben ghost road jungle was auch immer das bedeuten soll ok die kommt top land ok das ist perfekt die dürfen nur jetzt keine levision hier haben es könnte wenn ihr die wischen haben dann greben die sieht aber aus wie hätten die keine wischen das perfektes gameplay jetzt kommt ihr zu mir ich bin tot ich muss turbo machen sonst bin ich tot aber das gar nicht so schlecht weil jetzt können wir nämlich von hinten genau das man fast auf dieser master die spieler und jetzt mal mit q und e auto check 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 ich kill alles auto check ich hab nichts gemacht ich hab also alles gemacht also ich hab also also ich hab nicht mal gesehen wo ich stand mit ja es war mit also ich ja ich hab mit hinten gespielt habe ich hab halt geguckt wo also ich hab nur geguckt mit händen wo meine figur steht da können wir schon können wir können wir können wir schon machen wir das neue kaputt ja machen wir da 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 sogar noch gekillt out plate out plate also und du willst ich hab halt so predigt dass sie gleich ihre ee macht dann bin ich die cute hab ihren, äh, Audetag gesidesteppt, hab dann den Audetag gezwischengeschoben und dann hab ich sie gekillt. Das war halt wow. Wow, wow, wow. Wow.